Musst du auf ein virtuelles Instrument noch EQ, Kompression und Effekte einsetzen oder musst du da im Mix nichts mehr machen, weil dieses Instrument ja bereits vorgemischt ist? Darum geht es in diesem Tutorial. Hallo, ich bin Martin. Diese Frage, ob man ein virtuelles Instrument noch abmischen muss oder ob man da gar nichts mehr machen muss, weil es schon vorgemischt oder vorgefertigt ist, habe ich in letzter Zeit tatsächlich öfter bekommen. Deswegen versuche ich jetzt heute mal ein bisschen dunkel ins Licht zu bringen. Grundsätzlich eine Vorüberlegung dazu, die Rohspuren, die du bekommst von normalen Instrumenten, also ich sage jetzt mal einfach von akustischen Drums oder E-Gitarren oder Gesang, die sind meistens oder sehr oft zumindest sind die auch schon vorbearbeitet und nicht komplett trocken. Insofern ähneln die sich oder sind gar nicht so unterschiedlich zu virtuellen Instrumentenspuren. Es ist also so, dass zum Beispiel gerade ein akustisch aufgenommenes Schlagzeug in der Recordingphase zu 90% immer schon durch einen Kompressor läuft oder durch einen EQ läuft. Und insofern ist das nicht so arg viel anders wie jetzt bei einem virtuellen Instrument. Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten und die möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Dazu hören wir mal gleich in dieses Projekt hier rein. Das habe ich jetzt zusammengebaut nur aus virtuellen Instrumenten, also Drums, Bass, Piano, Pads, Gitarren, selbst die Bläser. Du siehst, das sind alles hier MIDI-Spuren, also es sind alles virtuelle Instrumente, die ich über MIDI eingespielt bzw. programmiert habe. Und dann schauen wir mal, wie wir die nachbearbeiten können. Hören wir erstmal kurz rein, wie die ganze Sache hier so klingt. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Sache hier so klingt. Gut, also wie gesagt, das sind alles virtuelle Instrumente und was ich mir jetzt als erstes mal anschauen möchte, sind die Drums. Es handelt sich hier um Addictive Drums, mein Lieblings-Drum-Studio und genau so benutze ich diese Addictive Drums hier auch als mein internes Drumstudio sozusagen. Ich kann also hier direkt die Trommeln anspielen. Und was ich noch erwähnen wollte hier am Anfang ist, die Sache mit dem Gain-Staging, wenn es ums Gain-Staging geht, also deine Eingangspegel einstellen, das machst du bei virtuellen Instrumenten am besten auch immer über das virtuelle Instrument selber, also über den Regler des virtuellen Instrumentes. Du wirst jetzt sehen, wenn ich jetzt hier mal ins Pre-Fader-Metering gehe und mache hier, wo bin ich jetzt hier, genau, minus 13 dB. Wenn ich das jetzt hier normal laut mache und mal nur das Jumps spielen lasse, dann siehst du, dass sie übersteuern und das Gain-Staging habe ich jetzt so gemacht, dass ich es hier direkt im virtuellen Instrument selber drin gemacht habe. Das machst du auch so bei virtuellen Instrumenten, also ich ziehe es hier einfach so weit runter, bis es nicht mehr klippt. Zack, und jetzt habe ich einen ordentlichen Eingangspegel und das habe ich bei allen virtuellen Instrumenten so gemacht, die waren alle zu laut, das ist ganz normal, das kommt öfter vor. Also virtuelle Instrumente über den Volume-Fader des Instruments selber einpegeln. Okay, was ich jetzt hier mache bei Virtual Drums, wie gesagt, Addictive Drums benutze ich selber so als Drumstudio in Projekten, das machen inzwischen übrigens auch viele Bands. Und hier arbeite ich jetzt direkt im Drumstudio hier von Addictive Drums. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier die Snare Drum auswechseln. Hier, die klingt funkiger zum Beispiel. Und dann könnte ich hier, machen wir nochmal Solo, ob das besser ist. Klingt wesentlich besser und das Drum klingt auch noch ein bisschen trocken. Jetzt kann ich hier meinen Hall anschalten. Hier einfach ein Plate Reverb nehmen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Effekte von dem Drumstudio selber, von Addictive Drums hier dazu verwendet, um den Schlagzeugklang besser zu machen. Ja, das beantwortet schon mal die Frage, sollte ich jetzt virtuelle Instrumente nachmischen oder nicht, zumindest mal zur Hälfte. Das heißt, ich könnte jetzt hier natürlich auch einen Heil von Logic selber nehmen oder du von deiner DRW, wenn du eine andere hast. Aber ich benutze jetzt bei diesem Plugin bei Addictive Drums meistens die internen Effekte, weil die einfach gut klingen. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Bei deinem virtuellen Instrument kommt es wirklich darauf an, arbeitest du in dem Studio von dem virtuellen Instrument selber oder benutzt du deine Onboard-Effekte von deiner DRW? Okay, schauen wir mal weiter und schauen uns hier unseren Bass an. Das sind alles Contact-Instrumente, also von Native Instruments. Das ist mein Bass. Wenn ich den jetzt hier rausschalte, dann kann ich hier auch anschauen, was ich hier verändern kann. Hier könnte ich zum Beispiel verändern das Player Profile. Und der ist ja auf Pop, auf Country. Jetzt könnte ich hier Solo und Funk machen. Dann macht er die Seitenwechsel, glaube ich, ein bisschen anders. Und ich könnte hier jetzt auch noch einstellen, zum Beispiel im EQ. Ich kann jetzt versuchen, meinen Bass hier noch ein bisschen knackiger zu formen. Hoppla. Über den EQ. Und so weiter. In diesem Fall gefällt mir das aber nicht mit diesen Drehreglern. Das ist ein bisschen anstrengend. Außerdem ist dieser Bass hier nur die I aufgenommen, also Direct-In ohne Amp. Und der klingt so ein bisschen dünn. Und mir gefallen hier einfach die Einstellungsmöglichkeiten hier nicht, was ich hier machen kann. Und hier gibt es noch verschiedene Controller. Genau, und das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Ich mag das bei dem Contact-Player nicht so sehr. Und deswegen mache ich es jetzt in diesem Fall so, dass ich mir hier den Base-Amp-Designer von Logic selber reinlade. Also in dem Fall von meiner DRW. Lade ich hier direkt in meinen Bass rein. Und da können wir mal nach dem Preset gucken. Vielleicht nach, was könnte passen hier zu unserem Funk-Bass. Zum Beispiel Nice Definition ist ganz gut. Jetzt kann ich hier versuchen, den Bass-Sound ein bisschen definierter hier zu formen. Und das ist einfach hier eine ganz andere Einstellungsmöglichkeit. Das sieht gleich viel besser aus. Und das Gefummel hier an den drei Drehknöpfen, das hat mir nicht gefallen. Versuche ich den Bass ein bisschen besser zu bekommen. Jetzt einfach, ja, hier. Genau. Und so habe ich jetzt meinen Bass hier ein bisschen knackiger gekriegt. Und das ist einfach komfortabler mit den Einstellungsmöglichkeiten meiner DRW hier mit diesem virtuellen Amp. Und nicht direkt drin. Schauen wir uns mal die Funk-Gitarre an. Wie klingt die denn so? Wenn wir jetzt hier mal auf Solo gehen. Es klingt ganz gut. Jetzt habe ich hier auch einen Kompressor. Ich habe einen EQ. Ich habe einen Amp. Und auch hier siehst du jetzt, hier ist nur Threshold und Output. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ist für mich jetzt auch wieder schwierig. Ich kann hier einen Phaser reindrehen irgendwie. Damit kenne ich mich nicht aus. Deswegen lasse ich die Einstellungen so. Hier ist übrigens, ich sehe gerade sowieso nur der EQ an. Ich lasse die Einstellungen so. Das mache ich jetzt auch lieber in meiner DRW. Okay, ich kann hier noch zum Beispiel verschiedene Presets auswählen. Was ich ganz gerne mag. Was viele andere aber hassen, ist eine sehr stark verkhoruste Funk-Gitarre. Okay, das gefällt mir persönlich gut. Wie gesagt, manche hassen das. Und jetzt kann ich sagen, okay, mit dem Kompressor komme ich nicht zurecht. Dann wähle ich hier so eine Hybrid-Version. Und ich mische jetzt praktisch wieder die Bearbeitung hier im virtuellen Instrument und in meiner DRW selber. Und sage, hey, ich möchte jetzt aber hier, möchte ich mir noch einen Kompressor reinladen. Und dann nehme ich hier in dem Fall einfach einen schnelleren. Und gucke, dass ich jetzt hier meine Funk-Gitarre ein bisschen spitzer, ein bisschen knackiger kriege. Und das kann ich einfach mit meinen eigenen Plugins schneller. Schauen wir uns zum Schluss jetzt einfach noch die Bläser hier an, wie die klingen. Auch virtuelle Instrumente. Schauen wir mal hier rein. Die klingen ganz gut schon so, aber sehr, sehr trocken. Jetzt kann ich hier auch wieder entweder ein Reverb zuschalten von meiner DRW. Ich schalte jetzt mal einfach das hier zu. Ich finde, die klingen auch ganz ordentlich so gut, wie eben virtuelle Bläser klingen können. Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal komplett rein mit dem ganzen Abgemischten jetzt. Okay, also das kann man, wie gesagt, so machen, dass man diese Sachen hier vermischt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen seltsam, wie ich das gemacht habe. Das hier sind alles MIDI-Spuren. Das braucht wahnsinnig viel Arbeitsspeicher, besonders hier die Contact-Instrumente. Deswegen würde ich den Workaround in diesem Fall so machen. Schau dir das virtuelle Instrument an. Form den Sound, einen guten Grundsound, der dir gefällt. Bounce das runter und zieh dann alle, mach das mit allen virtuellen Instrumenten so, die im Projekt sind. Bounce die runter und zieh dann alle Rohspuren als Waffdateien in ein neues Projekt rein, damit du dann anfangen kannst, mit deinen eigenen Effekten in der DRW zu arbeiten. Wenn du das besonders effektiv machen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meinen PDF-Guide Speedmixing. Da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du schneller und effizienter abmischen kannst, sodass du nicht die Nerven verlierst, auch nicht bei virtuellen Instrumenten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben, lass mir einen netten Kommentar da oder im besten Fall abonniere den Kanal. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.